Und er kann sich einfach nur noch abhacken, also einfach jetzt zu einfach gesagt, aber es ist schon schwierig alles zu erkennen. Und es wird einfach abgehackt, das, das, das gemacht, das nicht und er wird zusammengerechnet, das braucht seine Zeit. Und jetzt freuen wir uns, dass eine Gruppe aus Österreich dabei ist, hier bei der Europameisterschaft in Moskau mit Claudia Baritz, Katharinen Tschak, Katharina Reitgruber, Natascha Strobl und Caroline Weber, die man noch aus dem Einzel-Fund-Fruher kennt. Hey! 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 Hey, 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 hey Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.